Mit innovativen Lösungen zum Waschen, Reinigen und Desinfizieren wurde Maiko zu einem weltweiten Marktführer bei Spülmaschinen für kommerzielle Anwendungen. Seit über 20 Jahren nutzt Maiko die Lösungen von WICAM zur Programmierung des CNC-Maschinenparks. Die Zahl der Angestellten wie auch der Umsatz haben sich in dieser Zeit fast verdreifacht auf aktuell 2.500 Mitarbeiter bzw. 361 Millionen Euro Umsatz. Ein wesentlicher Erfolgsbaustein war und ist die ständige Qualitätsverbesserung der Endprodukte und deren Produktionsweise. Heute stanzen, schneiden und kanten die aktuellen Topmodelle der Hersteller Trumpf, Bistronik, Hemmerle und EHT, viele Tausend Tonnen Edelstahl pro Jahr. Herr Spitzmüller, Leiter der NC-Programmierung. Früher waren es neue Technologien, Fertigungsmethoden und mechanische Automation, die uns die Arbeit erleichtert haben. Heute bringt die durchgängig digitale Abbildung und Optimierung der Prozesskette die wesentlichen Verbesserungen und Effizienzsteigerungen in unserer Produktion. Die 2018 eingeführte Biegesimulation von WICAM hat sich in wenigen Monaten amortisiert. Die Abwicklung und produktionsfertige Vorbereitung der Biegeteile beschleunigt und erleichtert die Arbeitsvorbereitung. Fertige Biegeprogramme und Dokumentation sparen die Zeit für Versuch und Irrtum an den Kantbänken und schaffen freie Kapazitäten in der Produktion. Das PN4000 verarbeitet die Daten des ERP und des CAD-Systems automatisch, erstellt die NC-Programme und liefert automatisiert alle Daten für Zeitplanung, Lagersysteme und Teilelogistik. Das PN-Control organisiert die Verteilung der Nestingjobs an die Maschinen. Auf Engpässe, Maschinenwartung oder eilige Teile kann der Schichtführer mittels Mausklick spielerisch reagieren. Herr Spitzmüller, die Produkte und die Philosophie von WICAM passen perfekt zur Dynamik unseres Unternehmens. Herstellerunabhängig, vernetzt, zuverlässig und bei Neuerungen in kürzester Zeit individuell anpassbar. Hey! 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 Untertitelung des ZDF, 2020